Der VfB Stuttgart und der FC Augsburg trennen sich 3 zu 0. Ein mehr als verdienter Sieg für den VfB Stuttgart. Der FC Augsburg war heute in allen Belangen unterlegen und ich muss sagen, Platz 3 nach der Hinrunde ist ein sehr, sehr gutes Ergebnis für den VfB und vor allem, ja, es war wieder sowas von souverän runtergespielt. Dennis Undorff mit dem 1 zu 0 und wie geil war das bitte gespielt, vor allem was für eine Eckenvariante, das hat mich ein bisschen an Liverpool gegen Barcelona erinnert. Ecke flach getreten, Dennis Undorff ungedeckt, ja, zieht einfach mal ab, mit rechts haut das Ding rein, fertig, so schießt man eine Ecke, so schießt man ein Tor aus. Kurz vor der Pause dann noch Gerasi mit dem 2 zu 0 in der ersten Minute der Nachspielzeit. Ich weiß gar nicht, wie viele Tore der mittlerweile hat, müsste er auch schon 17 oder 18 haben, also auch er mit einer überragenden Hinrunde. 2 zu 0 der Pausenstand, in der zweiten Halbzeit hat Augsburg zumindest mal was versucht, aber letzten Endes trotzdem chancenlos, so war es nochmal Führig, der in der 69. Minute das 3 zu 0 machte und Stuttgart hätte auch durchaus noch ein Viertes oder ein Fünftes machen können, aber insgesamt ein sehr souveräner Sieg und wie gesagt Platz 3 nach der Hinrunde. Wer hätte das gedacht, nachdem man letztes Jahr fast abgestiegen wäre und jetzt holt man einfach 34 Punkte nach der Hinrunde. Das ist einfach nur unglaublich und ich sage ehrlich, wie es ist, ich gönne den Stuttgartern von Herzen, dass die nächstes Jahr Europäisch spielen. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben da lassen. Wir hören uns im nächsten Video und ciao.